Ich bin Amerikaner. Marine Sergeant Nicholas Brody. Seit 2003 vermisst und für tot gehalten. Ein amerikanischer Kriegsgefangener ist umgedreht worden. Hi, Dad. Brody muss anrufen. Ziel ist ein Angriff auf unser Land. Was ist aus dir geworden? Hast du mich ausspioniert? Hallo, Wakba. Dass du niemals vergisst, wozu du dich verpflichtet hast. Du hättest mich besser töten sollen. Das ist erst Phase 1. Das war noch nicht der richtige Angriff. Meine heutige Aktion richtet sich gegen die Feinde aus dem Inland. Die Jagd geht weiter. Hi. Hi. Erst alles, was wir haben. FBI, auf den Boden! Ich möchte dir gern etwas zeigen. Mein Name ist Nicholas Brody. Ich hatte Recht. Du hattest Recht. Wir sind im Krieg. Sie sollten wissen, wo sie stehen. Ich bin kein Terrorist. Ich hab gedacht, dieser Irrsinn wäre vorbei. Sie haben gegen mich nichts in der Hand. Erinnern Sie sich jetzt wieder an die beschissenes Arzt! Du bist ein guter Mensch, Brody. Wäre es nicht besser, wenn du aufhörst zu lügen? Alle sagen, du wärst total verrückt. Du bist sogar noch verrückter. Wir sind fast am Ziel. Das gefällt mir nicht. Pass auf! Runter! Du bist eine Schande für dein Land, Sergeant Nicholas Brody. Du bist ein Verräter und Terrorist. Und jetzt wirst du dafür bezahlen. HOMELAND Die zweite Staffel. Ab 29. September um 22.15 Uhr in Satt 1. Jetzt nicht mehr Childrens. Blow.